Habt ihr Lust auf etwas Neues? Seid ihr kreativ und innovativ, wenn es darum geht, die frohe Botschaft heute zeitgerecht in unsere Welt zu tragen und Menschen neugierig auf die Botschaft des Glaubens zu machen? Habt ihr Freude daran, bekannte Wege zu verlassen oder auch alten, wertvollen Wegen neues Leben einzuerhauchen? Und ihr veranstaltet vielleicht schon heute außergewöhnliche Aktionen in eurer Gemeinde, im Verband, in der Schule oder anderen Orten. Ihr schafft digitale Glaubensräume, ihr ladet ein zu Friedens- oder Gebetsinitiativen oder startet ökumenische Initiativen. Dann bewerbt euch für den Bonifatiuspreis für missionarisches Handel in Deutschland, denn euer Einsatz für den gelebten Glauben zählt. Und dotiert ist der Preis mit insgesamt 10.000 Euro und alle eingereichten Bewerbungen wollen wir vernetzen, bekannt machen und wertschätzen, online oder in einer Broschüre. Sie kann als eine Informationsquelle für künftige Projekte vor Ort dienen. Wir freuen uns auf eure Bewerbung bis zum 15. August und alle Informationen dazu gibt es natürlich auf bonifatiuspreis.de.